So, komm wir fliegen ja zu den Windmühlen, oder? Versuchen mal auf so'n Windmühlen-Dach zu landen. Hier vorne. Achso, hier oben. So runter. Mann, es sah doch so gut aus eigentlich. Naja, man kann da nicht landen. Hattest du dich auch zertrummert? Ne, ich... Achso? Wieso kann ich dich nicht wiederbeleben, hallo? Warte. Hä? Was ist da los? Ich drücke F. Was für'n Scheiß? Wollte ich selbst nur drauf an, oder was? Wahrscheinlich, genau. Warte, ich geb auf. Oh, ich hab scheinbar einen eliminiert. Jetzt erst die Entfernung. Also, das hat eine Weile gedauert, wollte ich sagen. Die Kugel fliegt ja eine Stunde. Hey. Alter, den hat er noch weggemacht. Das war's. Das Bunch. Die Kugel fliegt ja nicht aus. Alles, was ich diese Kugel nicht? Ich bin hallucinbar, wo ich hier kuhlen kann. Ja. Oh, okay. Aber sonst. Oh, okay. Was ist das Bunch? was ihr hier? Da war es bei mir. Ich schätze mich. Auf dem Dach. Das dumme Schwein ist bestimmt aufs Dach geklettert. Da. Da kannst du einen drauf. Alter. Was ist das? Ich brauchte nicht mal schießen. Neue Zeitung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der hat ausgesorgt. Bei dem kann sich der Staat die Rente sparen. Nein. 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 Au, au! Kannst mich aufheben? Ja. Endlich nicht gestorben. Da kommt Daniel vorbeigekommen. Vor meinen Augen starb er den Helden dort. Der Typ in unserem Team muss ich auch denken, was ist mit dem los? Wo ist denn der überhaupt? Kannst du woanders sein? Tommi! Oh! Ihn hat es lang gemacht. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020